Ach ja, endlich kann ich mal wieder ins Kino. Lang ist es her. Genauer gesagt, 17 Monate. Der letzte Film, den ich geguckt habe, war das Sonic the Hedgehog Kinofilm. Ach ja, das war ein toller Film. Wohlgemerkt einer der besten Videospielverfilmungen aller Zeiten. Schöne Erinnerungen hatte ich in diesem Kinosaal. Ich war da mindestens ein Dutzendmal, ach was rede ich, 20 Mal drin. Viele tolle Filme, viele schlechte Filme, aber meistens schöne Erinnerungen. Und ich bin froh, dass ich endlich wieder rein kann. Na dann, los geht's. So, und jetzt kommen die ersten Schritte. Das ist ein kleiner Schritt für einen Timon, aber ein großer Schritt für die Menschheit. Und eine mögliche Weise, das Kino wieder zu überleben.